Das Team ein bisschen hoch zu heilen auf Seite von Final Gaming. Da kommt der Self-Destruct raus. Abstruggelt direkt schon vorher an den Weiser. Aber Tristec holt die Massen mit dem Deflect aus dem Weiser ab. Und er hat schon Dribble-Kill. So bringt Crowe hart seine Rocket Brash und zündet er auch ohne zu zögern. Die braucht noch mal Crowe. Die Graviton-Surge wird auch noch mal gezündet. Einfach mal von Life Striper. Ist nur gut mit dem Double-Kill. Hier kriegt auch direkt der Nanobus hier auf. Direkt auf Skelly Joe. Der Charger wie ein Mann rein und nimmt sich hier einfach sogar Wings of Turtle mit. Wirklich, was ausgeht, was Knew Joe hier aber da kommt die Pulver-Rolle. Leute, die Crowe hier pickt. Wie zum Teufel. Der ist relativ gut drauf. Oh, der Shatter. Jetzt gibt es wirklich schon alles und da kommt der Nanobus an. Nein, die Pulsbomb von Schieden. Oh, was, Timolo? Da ist einfach mal der Triple-Kill. Eine Riesenbombe in der Back. Nein, jetzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020